Ich möchte ein Team aus sehr gefährlichen Menschen zusammenstellen, die Gutes tun kann. Ist Ihnen klar, dass das Kriminelle sind? Gerechtigkeit. In einer Welt mit fliegenden Männern und Monstern ist das der einzige Weg, unser Land zu schützen. Na komm, los geht's. Hat eine dunkle Seite. Ihr geht an einen sehr üblen Org und tut was, wobei ihr drauf geht. War das jetzt gedacht? Zum Mann herzen? Suicide Squad. Morgen 20.15 Uhr pro 7.